Ansichtbarkeit. Ja, das sollte reichen dann. Also die beiden. Also vor allem die Abwehr, plus dass wir mehr Schaden machen. Ja, und da. Und dann am Anfang des Kampfes einfach beide trinken und fertig. Ja, ja, ja. Das Auge hast du? Äh, nee, das Auge habe ich nicht dabei gerade. Ich dachte wir gucken auch erstmal, also wir können es gerne mitnehmen, aber ich gehe davon aus, dass es nächste Nacht so kommt, ja. Ein Drittel, ne, Chance. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, inwiefern sich die Chancen erhöhen, wenn man vorher das aufgestaut hat. Wahrscheinlich gar nicht. Hast du das Banner dabei? Äh, ja, das hatte ich dabei. Okay, hatte ich noch so, ne, Wände hatte ich jetzt keine mehr. Das Holz werde ich nicht verfeuern dafür. Dirt Wall. Kann ich jetzt auch in diese Maschine da unten reinpacken? Äh, Dirt nicht. Slush und was hat das? Ähm. Was hast du denn jetzt getan? Ich habe eine Wand gebaut. Oh, okay. Schick. Du machst das schon. Aha. So, ein aufgetrunken. Ah, mein Trinken ist alle. Die, 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 die. Eins, drei, ja. Ach, du hast hier unten den Keller zugebaut? Äh, ja, weil der Gegner kam. Ach. Okay, also nur Ausdauerung kommt es nicht. Hm. Naja, warten wir mal ab. Okay, wenn wir die Message sehen und das auch benutzen, dann können wir zwei. Okay. Wenn wir aber schon gegen einen kämpfen und dann das benutzen, dann können wir das nicht benutzen. Kommt, wenn es weiter ist. Also nur, wenn die Nachricht kommt, um das gerade spawnen zu sagen. Okay. Ich dachte, man kann damit zwei unten. Wenn es geht nicht, können wir es auch nicht machen. Was? Ja, also wir können die nicht spawnen. Wenn der automatisch kommt, dann wahrscheinlich schon. Äh, ja, wenn Sternintriff kriegt, hat 1000 Schaden. Ja. Ja, das wird nicht passieren, weil das Ding zu ist. Ja, ja. Aber ich denke, daraus sind wir auch nicht angewiesen. Hoffe ich. Das wird sich gleich herausstellen. Hm. Wie weit ist denn das eigentlich weg? Ja, ziemlich weit, ne? Was? Die Arena. Ja, der Spawn denkt, ja. Ja, wenn wir tot gehen, ne? Ach so. Weil wir jetzt im Expert-Mode und Patchding länger tot sind im Bossfight. Also sollten wir, wenn wir es hinkriegen, nicht gleich sehr sterben, weil sonst ist alles gut schön. Das ist richtig. Ach, das kriegen wir schon hin. Hm. Wenn nicht, machen wir es halt nochmal. Äh. Wir müssen ihn nicht besiegen, um im Spiel voranzukommen. Das ist interessant. Wichtig? Hm. Hm. Wir kriegen auch nichts von ihm, was besonders wichtig wäre. Was wäre denn der nächste Boss eigentlich? Lass mich gucken. Ich glaube, der Dungeon dann schon, oder? Nee. Nee, 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 nee. Irgendwas, was ich vergessen habe, glaube ich. Das ist wieder so viel. Also. Ah, okay. Ging Slider müssen wir, glaube ich, beschwören, ne? Summon with Slime Cron. Ja, okay. Eye of Cthulhu. Den Eater of Worlds. Ach ja, genau. Dann das Brain... ...of Cthulhu. Wo war das nochmal? Will appear after the third Crimson Heart is broken. Ah, ja. Die Bee... Dann... Dann Dungeon... ...und dann Wall of Flash. Genau. Der Reihenfolge hier. Ich weiß nicht, ob's... ...die vorgegebener Reihenfolge ist, wird auch nochmal random. Naja, das klingt schon alles so richtig. Die Wall of Flash, ey. Hier wird ja wohl easy. Das ist halt vorher unten alles clear. Und einen Weg langbauen. Naja, genau. Das ist das Wichtigste. Ja. Oh ja, genau. Ich wollte ja nochmal hier wegen Blood Moon gucken. Blood... Moon. Was da die Chance ist. Oh, wird schon dunkel. Das ja. Und zwar... So... At least one player has more 120 live. And only on nights when the moon is present. Also jeder bis auf meinen Mond. Ähm... Echt? Eladon steht unten links. Was? Unten links steht Eladon. Ja. NPC. Ähm... 1 zu 9. Ist die Chance für einen. Okay. Der Guide ist ein totaler Vollidiot. Der lässt bei sich immer die Tür offen. Später haben wir es ja... Oh, schon 2 Uhr. Ja, ja. Hab ich überhaupt noch Platz auf der Festplatte. Wenden wir jetzt gleich mitten drin ab. Nein, nein. So, lass mal rüberfahren. Wiii. Hab ich denn alles? Ja. Achso, ich... Oh, ich hab nur einen scheiß Bogen übrigens nur. Also... Vielleicht sollte ich mir irgendwie einen geilen Bogen machen aus... 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 Was haben wir denn so? Tanksten? Kann ich denn einen Bogen? Ja, ich mach mal einen Tankstenbogen. Okay. Ja, ich hab einen... Bleibogen. Weiß ich, wie viel Schaden macht der denn, der Tankstenbogen? Äh... 10. Ja, einen mehr. Komm. Das ist Wurst. Das hat aber auch keinen Effekt. Achtung aus dem Weg. Ist schon Nacht, oder? Ja, das sieht so aus, ne? Zombiespawn. Ey, jetzt hat die Musik gerade gewechselt. Können wir mal was warten. Ja, können wir mal was warten. Also Zombiespawn schon dran. Hm. Wie du hörst. Hm. Oh. Ich kann's nicht platzieren. Was? Das ist Banner. Achso. Äh. Ja, mach's oben an die Decke. Schön. Banner. 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 Oh ja, das reicht bis hier unten. Okay. Ja, ich würd sagen... Ja. Nehmen wir mal die Potions, ne? Äh. Ich wollt noch was... Ja, okay. Ich hab getrinkt. Ah, okay. Ähm. Ja, ne? Ja. Okay. Und Action. Apropos Action. Apropos Action. Wo sind meine... Oh, ich dachte... Hast du es? Äh. Ich hab das auch... Du bist ein Honken! Ja, ich hab die doch extra gefragt, ob du das Auge dabei hast. Äh. Ich hab da nein gesagt, ey. Ja, ey. Dann dachte ich, den holst du. Äh. Hättest du übrigens den Ding benutzen können. Naja, stimmt. Hm. Kann ich immer noch. So. Äh. Äh. Jetzt... Da ist es. Like a boss. Oh, ich hab mein Schiefpunkt bekommen. Dafür, dass ich das Auge hat. Hab. In der Hand halte. Äh. Hab ich das Auge? Achso. Dann, dann... Wirf's mal eben bitte nochmal ab. Hm? Dann wirf's nochmal ab. Ich fühl's auch. Ich hätte sie bisher noch nicht in der Hand gehalten. Wo kam das denn her? Ja, ich hab's aufgesammelt, aber nicht in der Hand. Oder... Weiß auch, wenn's ein Inventar ist. Ja, ja, genau. Achso, ja, ein Inventar ist. Äh, ich kann's dir gerne nochmal hinschmeißen. Warte. Äh, hier. Äh, ne, okay, passt hier nicht. Auch geht's. Ready, äh, Moment, äh, dead, 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 dead. Hier einfach nur mehr Freude. Danke. Alles klar. Und... Oh, shit. Alter. Was? Achso, die... Ah, die stehen natürlich genau dazwischen. Irgendwo gehen die mit One-Hit tot. Ah, wirklich? Weh. Ah, das Ding macht aber keinen Schaden. Jedenfalls nicht in der Phase. Nee, aber trotzdem. Das heißt nicht, dass, äh... Ich... nicht trotzdem genug Schaden krieg. Okay, ob wir bei mehr Schaden als... ...wir... ihn machen. Ach, ich mach ja mal Makro an. Ja. Okay, übrigens in der Phase hat's keine Rüstung mehr. Okay. Okay. Das heißt, wir machen ihm auch mehr Schaden. Really? Oh! Das ist neu. Ja, aber ich bin ja auch expert geworden. Ähm... Could you please stop? Ähm... Ich hab nämlich nicht mehr so viel HP. Kannst du noch einen Trank nehmen? Nee, 18 Sekunden. Wir sollten vielleicht nicht nebeneinander stehen. Oh Gott. Nicht nebeneinander stehen. Okay, ich hab wieder einen Trank benutzt. Nein! Nein! Der hört nicht auf damit. Der hört nicht auf damit. Der ist fast tot! Ich versuch's aber... Der hört wirklich nicht auf damit. Nein! Nein! Ich treff' ihn nicht. Ich treff' ihn nicht. Wenn du die ganze Zeit nur chargst. Aha! Nein! Ja! Das ist neu. Ist es weg, oder? Ja, vermutlich, wenn's nicht bei dir ist. Oh, ist das gemein! Ich fahr' mal kurz da rüber und guck mal, ja. Ich schätz' mal, es ist weg. Also, aber kalt ist es nicht mehr. Ja, die Musik hat sich auch geändert. Ja. Ja. Oh, nein. Ja, wenn man's nur treffen würde in der... Charge-Ding. Hm. Achso, ich hab' kein Bild. Ha! Naja, wir haben's versucht. Ja. Ei, ei, ei. Es war fast tot. Es war so knapp. Hm. Mann. Wärst du noch länger da gewesen, dann bist du da... Ja. Entschuldigung. Ja. Beim nächsten Mal. Kann ich mir hier noch Pfeile? Oh, ich hab' nicht mehr so viele Pfeile. Sollte mal am Pfeil nicht in Pfeile, wo wir mal ein paar Pfeile machen. Hm. Tja. Alles einsortieren? Ja. Aber ich würd' sagen, wir machen langsam mal Schluss, oder? Sollten wir wohl tun, so nach vier Stunden. Ja. Vier Stunden achtzehn jetzt. Aber beim nächsten Mal. Ei. Beim nächsten Mal wird er tot sein. Beim nächsten Mal wird er tot sein. Ein Stick aufs Auge. Ja. Ein bisschen blau aufs Auge. Oh, ist denn hier Slimy Balls? Da sind Slimy Balls. Wir fackeln. So kann's ja nicht sein, ne? Also, naja, geht ja nicht. Wir haben ihn die erste Runde gewinnen lassen. Damit er nicht denkt, oh, die sind zu stark, da komm ich nie wieder. Damit er nicht weinen muss. Verstehst du? Deswegen auch so. Sonst regnet es. Äh. Äh. Was ist das hier hinter eigentlich? Glas? Das ist Glas, ja. Okay. Okay. Ich hab's halt noch nicht fertig bauen können. Achso. Okay. Ich dachte schon, du wolltest ein Muster machen. Nee. Aber jetzt, wo du's sagst. Gut. Okay. Wir haben aber immerhin schon viel erreicht. Wir haben die Karte gut erkundet. Ja. Auf einer Seite nach links. Dann hier die komplette Wüsten-Ameisen-Bau. Ja. Hier das Ding. Ja, was heißt komplett? Ich mein... Ja, fast komplett. Irgendwo wird da wahrscheinlich noch was sein, aber trotzdem. Mhm. Und unten, äh, bis zur Lava. Jo. Ebene. Also schon ziemlich ordentlich. Oh, diese Minecart stecken. Ja. Oh, ich liebe es. Die ganzen Höhlen. Gut. Dann, es hat euch gefallen. Und, ja. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Okay. Okay. Und, ja, hier. Dok? Die kurse, das ist. Ja. Ja. Die kurse, das ist ja, das ist und das ist sehr dringend. 言. Untertitelung des ZDF, 2020